hallo liebe freunde hier ist wieder eure bitch mit dem dritten spiel der deutschmannschaft dänemark deutschland und wieder der spieltag analyse zum zweiten spieltag heute wieder leider alleine und wir fangen auch direkt an heute gibt es keine hymne hier die ausstellung der dänen und hier die deutsche ausstellung boateng ja gesperrt dafür kommt schmelzer und treu ist für mannschaft ist der uhr herz und holz ja dann würde ich mal sagen anpfiff es ist ja heute deutschland mein grün ihr seht das schöne neue trikot er könnte anfangen zu haben wir noch ein paar einstellungen gemacht hier und wir fangen auch gleich mal an mit der gruppe a da gab es die begegnung griechenland gegen tschechen 2 zu 1 für die tschechen kein besonders spannendes spiel aber doch mit dem klaren ausgang für die tschechen wie gesagt nicht besonders spannend braucht man nichts zu drüber erzählen ja dann die partie polen gegen russland ist nur 1 1 ausgegangen aber es war doch eine partie die über die man reden muss ganz klar deutlich die tore wer die geschossen hat ist jetzt eher und so nebensächlich aber es gab leider krawalle in der stadt und auch im stadion die ein oder anderen pyro zündler würde ich es mal so nennen ja das hat ich finde nix im stadion zu suchen noch schlimmer waren aber doch leider die krawalle in der stadt die wohl von polen aus ging ja muss nicht sein leute oder wie seht ihr das schreibt mir in die kommentare ich finde das gehört sich einfach nicht weder pyro im stadion noch krawalle in der stadt man kann doch friedlich zusammen dirchen trinken und fußball gucken ja hier eine schöne chance und dann kommt da so ein schisschen bei raus ja das gibt dann in der gruppe a russland vorne mit vier punkten vor tschechien mit drei und polen zwei punkte griechenland nur noch mit minimalen chancen ein prünktchen das wäre dann auch recht schwer da griechenland gegen russland dran muss und die tschechen gegen polen da ist bei den polen tschechen noch alles offen wie ich finde und ja griechenland mit außenseiter schon dann kommen wir mal zur deutschen gruppe ja während hier die abwehr irgendwie ein bisschen schläft da gab es das 2 zu 3 der portugiesen beziehungsweise der den gegen portugal portugal gewinnt 3 2 ein spiel wo man sagen kann ja es portugal hat geführt 2 0 die dänen dann mit einer schönen aufholjagd wenig chancen gehabt die aber effektiv genutzt muss man klar und deutlich sagen und dann doch kurz vor ende glaube ich war es zehn minuten vor schluss die portugiesen mit dem 3 zu 2 und natürlich das spiel der spiele niederlande gegen deutschland ja liebe holländer könnt ihr wohl nach hause fahren nach dem 2 zu 1 die wunderschönen zwei tore von gommels brauche ich ja sicherlich keinem mehr zu erwähnen die sind ja fast legendär beide von schweinsteiger vorgelegt und van persie dann doch in der letzten mit dem letzten aufbäumen und die deutsche mannschaft dann ein bisschen ins traurigen kommen in der schlussphase da haben wir ja sicherlich alle geguckt leider ist da dann auch unser lieber boating gesperrt für das spiel gegen dänemark am letzten spieltag am letzten spieltag ja und der letzte spieltag ist halt dänemark deutschland ja müsste klar deutlich ausgehen seht ihr ja hier vielleicht aber auch nicht noch stets 0-0 mal gucken ja der schiris geht auch mit schön für ihn und äh der letzte spieltaggruppe b ist natürlich auch noch portugal niederlande wobei dort die niederlande zwei tore mehr schießen muss äh wenn deutschland die dänemark besiegt um noch weiter zu kommen ansonsten deutschland mit sechs punkten vorne natürlich portugal und denen jeweils mit 3 holland noch mit 0 ja und übrigens äh wie heißt nach hause fahren auf niederländisch van Robben so hätten wir das auch geklärt danke übrigens an diesen wunderschönen äh joke ich glaube er kam von gesinno äh wer gesinno nicht kennt mal googeln und youtube dann kommen wir mal zur gruppe 10 ok schwach bis mäßig und super wenn ihr euch fragt wie meint er das jetzt ja das italien kroatien spiel äh war relativ schwach pfff man sucht jetzt mit seinem dritten tor damit jetzt äh torgleich mit gommes äh und äh äh zagojev und hier haben wir das 1-0 durch gommes ja das passt doch wie die faust aufs auge da reden wir gerade davon vielleicht kann er seinen vorsprung ja ausbauen ja schön nach nicht ganz so elegant wie gegen die niederlande aber trotzdem schön die 37 ja äh wie gesagt und du bist mit dem dritten 1 1 totalen kroatien naja fand ich jetzt nicht so berauschend aber das spiel danach war der hammer spanien gegen irland 4 zu 0 haben die spanier die kleinen irren abgefertigt ja mit dem äh ersten stürmer für die spanier im ersten spiel haben sie ja nicht mit stürmer gespielt fernando torres mit zwei toren in diesem spiel äh wunderschön gemacht auch äh spielmäßig und äh passmäßig und da kommt das zweite tor kommis 43 ja wahnsinn mensch läuft doch hier wie geschnitten brot ja schön geguckt und dann die ecke ausgesucht was will man mehr gleich ist halbzeit ja da müssen die dänen aber nochmal wenn sie wollen und so da sind wir deutschen doch schon die bessere mannschaft spielt stark in grün ja dadurch ergibt sich in gruppe c äh da spanien und kroatien mit jeweils vier punkten äh spanien mit dem besten torverhältnis vorne sind dann italien mit zwei punkte und irland schon leider raus sie können schon nach hause fahren von daher sehe ich auch das spiel italien gegen irland am letzten spieltag nicht wirklich gefährlich für die italiener kroatien gegen spanien am letzten spieltag könnte interessant werden gut muss man darum wird das so ein hin und her geschubst damit beide weiter kommen oder hat er italien noch die chance ja hier was ist das für eine abwehr und da gibt es den pass auf ösiel und tor 45 mit salto mensch wahnsinn 3 0 zur halbzeit ja wunderschön zurück und dann also pushy nimmt mir die worte aus dem mund ja gigantisch hoffen wir mal dass es am sonntag auch so wird ja da ist die pause und das lässt uns Zeit zur gruppe d zu kommen ja da ging es erstmal los mit einem dicken fetten unwetter im spiel kroatien ne ukraine gegen frankreich was die franzosen 2 0 dann gewann war nach vier minuten und 14 sekunden erstmal abbruch durch ein riesen unwetter blitz donner hageltampungs alles flog rum also war wahnsinn das ganze für etwa eine stunde hier noch mal die schönen highlights zu sehen ja und frankreich danach die bessere mannschaft ukraine auch mit chancen aber dann klar und deutlich ein 2 0 ja und gerade zu ende gegangen wenn ihr das hört ist es schon morgen also gestern äh england gewinnt 3 zu 2 gegen schweden und damit ist auch leider schweden raus hier wechsle ich mal aus wer der klose kommt äh kann man schon mal den kommers können ja also wie gesagt leider schweden raus schon frankreich und england mit 4 punkten auch dort äh an der spitze wieder 2 punkt gleich und die ukraine mit 3 punkten noch mit chancen wird spannend da der letzte spieltag england ukraine heißt und schweden frankreich da schweden eigentlich schon raus ist ist zu vermuten dass die franzosen dort gewinnen ich finde äh ja schweden mit ibrahimovic und haben sich nicht wirklichen gefallen getan bei dieser europameisterschaft also fand sich sie 2006 äh im eigenen lande viel stärker als war diesmal leider nicht ja damit sind wir auch schon durch mit dem spieltag ich finde wieder super begegnungen drin ach und hier klose 52 ist ja läuft ja wie geschnitten brot ich sag es immer wieder hier wunderschöner lupfer und der torwart ja springt mal 5 minuten zu spät wunderschönes tor miro respekt dem druck muss man auch erstmal standhalten ja memet scholl hat sich ja äh ist ja beim deutschland niederlandes spiel beziehungsweise gestern äh war es genau gesagt beim spiel spanien irland ist er ja ganz schön zurückgerudert von seiner behauptung äh gommes und druck machen ich muss sagen ähm was also entweder ich stehe zu meiner meinung ja und ja memet scholl sagt natürlich er wollte ihn anstacheln ja dann hätte ich ihn jetzt nochmal angestacheln dann macht er vielleicht beim nächsten mal nicht nur 2 Tore sondern 4 lieber memet ja also ist äh ja aber die schönen fernsehexperten das ist ja immer eine wahre pracht äh ich muss übrigens sagen wer hat das gesehen Kroatien äh Italien Lothar als Experte der ARD wunderschön also ich hoffe ja mal irgendwann dass doch noch Lothar Matthäus mit ja 75 deutscher Nationaltrainer wird spätestens jetzt auch hier wunderschön trickselt äh Müller rum aber kommt leider nicht durch ja kann man nichts machen also wenn das denn Lothar eintrifft hier mit 75 deutscher Nationaltrainer wandere ich aus so das sei mal gesagt da könnt ihr mich drauf festnageln ja ähm im übrigen die Spiele von äh Gruppe A und Gruppe B werden dann in Danzig beziehungsweise in Warschau ausgetragen ich hoffe ja dass wir vielleicht den Russen ein bisschen aus dem Weg geben können wie auch immer das aussieht Tschechien, Polen und Griechenland finde ich jetzt nicht so berauschend die können wir auf jeden Fall immer schlagen oh hier hohohoho eieieiei schweinjabt da waren die Smörrebrötz aber nochmal äh Rani kommt nicht aber sie hätten auf jeden Fall einen Tor schossen ja da geht Rommedal und Schöne kommt Hummels aber das ist nur noch Kosmetik denke ich mir mal bei einem 4-0 20 Minuten noch zu spielen das packt der Jungs ja wie gesagt also ich hoffe dass wir da Russland aus dem Weg gehen können äh die Spiele der Gruppe C und D ähm die aufeinandertrecken werden in Dometsk und Kiew ähm abgehalten da fände ich es dann schon sehr spannend also so ein Spanien England wäre schon nicht ungeil ähm sähe im Moment zumindest so aus und Frankreich Kroatien beziehungsweise vielleicht in Italien Frankreich warum nicht kann man sich mal angucken finde ich ne also wäre schon sehenswert ja ja dann nochmal ein äh großen Dank an äh TheFösel äh für die Videoantwort ähm danke dir wie gesagt und äh mach weiter so äh hab mir von dir viel abgeguckt das nur mal als kleiner Gruß äh rüber ja hier da wollte man wohl zaubern oder wie naja kann man effektiver lösen auf jeden Fall ja die Deutschen spielen jetzt hier doch ja schon zurückhaltend würde ich sagen da ist das Ding ist gelutscht äh hört sich irgendwie falsch an aber anyway ja ja schön aufpassen Jungs genau ja Jogi ich bin ja mal gespannt ob die Aufstellung der deutschen Mannschaft so zutreffen wird wie wir sie hier orakeln ei das ist abseits da geht die Ferne ganz schnell hoch ja wie gesagt äh Boatengia gesperrt hoffen wir dass kein äh Deutscher sich äh gelb abholt oder rot ich weiß gar nicht wie das ist mit der äh Streichung der Karten äh ob das da so auch zutrifft ja hier einfach mal ein Schüsschen äh wenn ihr es wisst könnt ihr sie mir in die Videokommentare schreiben da bin ich jetzt nicht so konform drin klose nochmal mit der Chance in der 87 ja knapp vorbei ist auch daneben aber er hat ja sein Tor hier da wechseln wir nochmal aus fragt mich nicht warum ich das mache und gerade ihn äh wir nehmen hier Kedira raus und dafür kommt der Pär der Mertes Acker ja kann man mal machen muss man nicht ne und so ist halt doch schon irgendwie komisch diese Auswechslung fragt mich wie gesagt nicht ich weiß es nicht warum ich das gemacht hab äh ja ja dann also wie gesagt also ich muss ja sagen mein Favourite Spiel des Spieltags war Schweden England ging hin und her wunderschön erste Halbzeit war noch langsam aber dann richtig klasse spielen äh noch mal so als Nebenbemerkung Niklas ganz große Klasse die Schweden nun leider raus genau wie Irland mein Team der Herzen ja mal gucken wen es als Nächsten trifft morgen geht es ja schon wieder los mit Gruppe A beziehungsweise heute wenn ihr das seht liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung vielleicht das nächste Spiel dann auch wieder mit dem Tyborius den ich hier an der Stelle herzlich grüße er hatte leider keine Zeit äh und äh das Spiel was wir orakelt haben das äh war so fail das konnte man keinem antun äh ja ich war nicht schuld er so und dann ist das Spiel auch vorbei 4-0 gewinnt Deutschland also gegen Dänemark würde ich sagen kann man so lassen echt die deutsche Mannschaft in ihrem grünen Trikots mit einem schönen Sieg und damit sage ich Tschüss Servus äh Pfette genau wie Manni Broekmann äh so sag ich Tschüss Servus und wir sehen uns beim Spiel Deutschland Polen Fragezeichen eure Gameboy Bitch ich lass mich nicht oder wenn auch das ist das ist wie um sie unastisch sch das ist Marketing